So Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch. Es ist selbstverständlich Thema Ernährung. Wir stehen heute nicht in der Küche, aber es gibt trotzdem ein Ernährungsvideo. Und zwar erzähle ich euch heute was von der schnellstmöglichen Form oder der schnellsten Diät. Wie kann man am schnellsten Fett verlieren? Und werde aber auch sagen, dass ich sehr, sehr vielen von euch davon abrate von dieser Diät. Länger, länger zuschauende Leute, sage ich mal, kennen das schon ungefähr in der Form. Das mache ich häufiger. Und zum Schluss möchte ich euch noch so ein bisschen mal für all die, die jetzt meine Form interessiert, für all die Leute, die sich da so interessieren Richtung Wettkampf und so weiter. Weil ich starte eben diese Diät und ihr wollt das ja nachvollziehen und so weiter. Gibt es auch ein kleines Formupdate, wie es jetzt gerade ist, warum es gerade so ist. Also das ganze Persönliche, das kommt zum Schluss. Für all die, die das nicht so interessiert und erstmal so der ganze Teil Diäten, Schnelldiät oder langsamer Diäten. Wie gesagt, heute aber mal die schnellstmögliche Diät, weil ich sie, wie gesagt, auch gerade mache. Fangen wir mal an erstmal und das ist mir am aller, aller wichtigsten. Die beste Diät, die beste Diät, mit der ihr langfristig am besten wirklich Fett verliert, ist eine, wo ihr wirklich eure Ernährung umstellt, wo ihr möglichst auf unverarbeitete Lebensmittel setzt, auf gesunde Lebensmittel, wo ihr euch eben an diese Balken, bitte unbedingt, wer sich insgesamt für Diäten interessiert, dieses, dieses letzte Video, wo ich genau erklärt habe, wie funktioniert ein langfristige Diät, mit das womit nachschauen. Wie gesagt, Ernährungsumstellung, viele Ballaststoffe, Mineralstoffe, so viel Kohlenhydrate, wie ihr braucht, um gut über die Runden zu kommen, um Power zu haben, um einfach gut drauf zu sein. Denkt dran, Kohlenhydrate für, für, fürs Gehirn, sage ich mal, für, für die Power, fürs Wohlbefinden, einfach, das heißt, da solltet ihr auch so viel haben, wie ihr braucht. Fett solltet ihr decken, Eiweiß solltet ihr decken und Sport solltet ihr machen. Das ist die beste Diät. Ich möchte es wirklich nochmal betonen, nicht, dass jetzt jeder sagt, oh und ich mache sofort da mit. Die beste langfristige Diät ist die und dann macht ihr ein kleines Kaloriendefizit, möglichst von irgendwo drei bis 500 Kalorien. Ganz, ganz, ganz grob, das ist so die beste Diät. Es ist aber nicht die schnellste. Es ist nicht die schnellste Diät, die schnellste ist die, die ich euch heute vorstelle, die ich jetzt als Start, als Start in meine längerfristige Diät mache und ich mache sie wirklich nur als Start. Ich mache sie, ich sage vorab, es ist eine Diät, die ihr maximal, maximal 10, 12 Tage durchziehen könnt am Stück. Maximal und es ist nur eine Diät und ich möchte es vorab sagen, wenn ihr irgendwie neigt zu Essstörungen, zu Binge-Eating-Anfällen, ganz, ganz wichtig, wenn ihr vielleicht insgesamt Probleme habt mit Ernährung, mit eurer Psyche, wenn ihr wirklich schnell irgendwo down seid, wenn ihr euch, wenn ihr schnell gereizt seid, wenn ihr einen harten Arbeitstag habt, wenn ihr wirklich da nicht belastbar seid, ist das nichts für euch. Ich betone es, ich betone es wirklich, dann haltet ihr sie einfach nicht durch. Es ist unglaublich schwer, unglaublich aufwendig, unglaublich, es nimmt euch komplett mit. Deswegen ist es aber auch sehr, sehr, sehr gut für Leute, die wirklich sehr stark übergewichtig sind. Es ist wirklich sehr, sehr gut untersucht. Ich erzähle euch jetzt auch nicht irgendwie was von Sportlern oder so. Es ist wirklich auch eine Diät, die im Deutschen Ärzteblatt, ich blende euch da auch gleich was ein und so weiter, also wurden auch Studien gemacht und so. Es wird wirklich von Ärzten auch angewandt bei starkem Übergewicht, weil man eben so recht schnell einfach in die Diät starten kann und dann bleibt die Motivation hoch, wenn man schnell Ergebnisse erzielt. Deswegen ist es auch psychologisch ganz, ganz wichtig bei starkem Überwichtigen und eben als Mini-Cut zum Beispiel oder als Start in eine Diät eben bei, ich sag mal, erfahreneren Leuten einfach unglaublich beliebt. Warum? Weil man in einer sehr kurzen Zeit das erreicht, wofür man sonst einfach in so einer längerfristigen Diät einfach sehr, sehr lange braucht. Ich würde euch gleich anhand meines Beispiels ungefähr sagen, dass wir, bei mir ist es ungefähr so, ich erreiche in 10 Tagen, ich mache sie 10 Tage lang, in 10 Tagen erreiche ich ungefähr das, was ich sonst in 50 Tagen erreiche. Das kann man sehr, sehr genau auch ausrechnen, weil man anhand des Defizits, was man ja erreicht, kann man ungefähr sagen, ja, ich spare jetzt so viele Kalorien in 10 Tagen, wie ich sonst in 50 Tagen einsparen würde. Bei mir ist es ungefähr so, wie geht diese Diät? Hat ganz viele Namen, wie gesagt, als Mini-Cut oft bezeichnet, PSMF, High-Speed-Diät und, und, und. Moderne Crash-Diät oder sowas in der Richtung. Alle basieren praktisch auf dem gleichen Fundament. Und zwar ein möglichst hohes Kaloriendefizit, aber, jetzt könnten ja viele sagen, ja, dann könnte ich auch nichts essen. Nein, um möglichst keine Muskulatur zu verlieren, wird der Eiweißgehalt recht hoch gefahren. Und es wird einfach dafür gesorgt, dass wir ein paar Vitamine, Mineralstoffe haben in Form von Gemüse und ein paar essentielle Fettsäuren. Und damit, das ist, es gibt so ein paar Sachen, die müsst ihr beibehalten sozusagen. Und dann könnt ihr gucken, wie weit ihr das Defizit, wie groß ihr das Defizit kreieren könnt. So, das jetzt einfach mal so insgesamt zu der Diät. Jetzt bei mir ganz, ganz, ganz konkret oder ganz konkrete Vorgaben für alle, die sich daran halten wollen. Und vielleicht nochmal ganz, ganz kurz, bei mir, ich habe es ja öfter schon vorgestellt, jetzt zum Beispiel diese, diese ganz einfache Geschichte, wo ich einfach gesagt habe, das ist nämlich auch eine Form davon. Kilo Hähnchen, Kilo Brokkoli und ein paar Omega-3. Fällt genau, werdet ihr gleich sehen. Das ist praktisch genau die Form. Ich glaube, mit dieser Diät haben hunderte von Leuten, hunderte von Leuten mir schon auf Instagram praktisch ihre Ergebnisse geschickt und so weiter. Ist einfach Wahnsinn, was damit möglich ist. Wie gesagt, ob, ob ihr das schafft, das müsst ihr wirklich wissen, entscheiden. Aber einfach dieser Effekt davon ist einfach gigantisch. Absolut gigantisch. Wie gesagt, wir werden gleich dazu kommen, warum das so ist. Erste Vorgabe. Mindestens 2, 2,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Je dicker ihr seid, je mehr Fett ihr tragt, desto weiter könnt ihr so in Richtung 2 gehen. Aber auch da ist 2 absolut mindestens. Wenn ihr sehr lean seid, solltet ihr eher Richtung 2,5-2,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu euch nehmen. Und das wirklich mit hochwertigen Eiweißquellen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Welche Eiweißquellen würde ich da empfehlen? Ich möchte nicht mehr so viel Fleisch empfehlen. Wie gesagt, deswegen dieses Kilo Hähnchen und so weiter. Ich, wie mache ich es? Ich kann euch zum Beispiel sagen, wie ich es mache. Ich setze zum Beispiel auf Garnelen, ich setze auf mageren Fisch, ich setze auf Eiklar, ich setze auch ein bisschen auf Pute und Hähnchenbrust und ich setze auf Whey, auf Whey mit Wasser. Auch schöne Aminosäuren, deswegen auch hochwertiges Eiweiß und auf meine essentiellen Aminosäuren. Das sind so meine Eiweißlieferanten. Davon esse ich so viel, dass ich eben ungefähr auf, bei mir ungefähr auf 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht komme. Und wie gesagt, könnt ihr euch alle ausrechnen. Das ist der Wert, den wir brauchen. Das ist ganz wichtig. Es ist ganz, ganz gut untersucht, dass wenn der Wert einfach zu tief ist, verliert ihr einfach mehr Muskulatur. Mit diesem Wert in der kurzen Zeit mit einem harten, intensiven Training, kurzes, aber hartes, intensives Training, schweres Training, verlieren wir so gut wie keine Muskulatur. Sichfach untersucht mit mir, mit allen in Studien. Deswegen haltet euch da grob an den Wert, wenn ihr das machen wollt. Eiweiß ist unglaublich wichtig. Versucht niemals da, das Defizit darüber größer zu machen. Wird nicht funktionieren, wird schlechter funktionieren. Werdet ihr vielleicht etwas mehr abnehmen, aber das wird tatsächlich Muskulatur sein. Deswegen der Wert muss stehen. Zweiter Wert, der stehen muss, ist nicht ein Kohlenhydratwert, aber tatsächlich ein Vitamin, Mineralstoff, Ballaststoffwert. Bei mir ist es wirklich so zwischen 700 Gramm und einem Kilo Gemüse, grünes Gemüse hauptsächlich, am Tag. Das hört sich viel an. Das ist auch von der Menge viel. Kalorisch ist das unglaublich wenig. Von den Kohlenhydraten ist es auch unglaublich wenig. Ich komme damit vielleicht auf irgendwo 30, 35 Gramm Kohlenhydrate bei dieser Menge, weil wie gesagt, es hat kaum Kohlenhydrate. Brokkoli hauptsächlich, grünes Blattgemüse, Blattspinat, eben alles, wo wir viele Ballaststoffe haben, viele faserige Ballaststoffe, wo wir aber auch viel, viel Vitamine, viele Mineralstoffe, viele Dinge haben, die den Körper einfach weiter funktionieren lassen. Deswegen, wie gesagt, da so 700 Gramm bis ein Kilo ungefähr. Und wenn ich so einen völligen HIPA bekomme oder auch vom Training zum Beispiel, um so ein paar Kohlenhydrate zu haben, einfach so ein paar Blaubeeren noch. Deswegen, dann lasse ich ein bisschen, dann mache ich vielleicht 700 Gramm Brokkoli, Blattgemüse und einfach so ein paar Blaubeeren, einfach so für den Geschmack und so weiter, weil ich sonst einfach nicht durchhalte. Das sind so meine, ja, meine Vitamin-Ballaststoff-Lieferanten. Ballaststoffe auch einfach, damit eure Verdauung funktioniert. Sonst wirklich, sonst geht da gar nichts. Ich habe das ja mal eine Woche komplett fastend gemacht. Da war tote Hose, da war nichts, da war wirklich gar nichts. Wir brauchen das. Die Verdauung muss funktionieren. Der Magen-Darm-Trakt, es muss einfach funktionieren. Und wie gesagt, die Vitamine, Mineralstoffe, damit wir nicht krank werden, damit wir einfach uns halbwegs gesund, ich sag mal, durch den Tag bekommen. Das ist so der Wert, den wir da brauchen. Das ist meine Vorgabe. Bei Fetten gehen wir auch so gut wie ganz runter, bis auf ein paar essentielle Fettsäuren. Da sind meine Quellen minimal. Ein paar Nüsse, ihr kennt da meine Vorgaben ungefähr. Ihr könnt, aber das ist ganz, ganz wenig, ganz wenig. Walnüsse, Haselnüsse, Paranüsse, vielleicht eine Mandel, ganz, ganz wenig. Und Omega-3-Fettsäuren. Ich nehme sie in Form von Kapseln. So, das sind meine Fettlieferanten und davon so wenig, wie es irgendwo geht. Ein paar Fette kommen ja auch noch durch, durch ein paar Eiweißquellen. Deswegen müsst ihr schauen, bei den Fetten bin ich meistens auch irgendwo bei 10, 15 Gramm. Das war's. Wie gesagt, langfristig viel zu wenig. Bei der kurzen Zeit ist es in Ordnung. Da passiert nichts. In der Kürze der Zeit kann einfach nichts Negatives gesundheitlich passieren. Deswegen zehn Tage können wir diese unglaublich kleine Fettmenge vertragen. Ein paar essentielle Fettsäuren haben wir aber dadurch. Und damit, wie gesagt, wenn ich mir das zusammenrechne, komme ich grob, ganz grob auf einen Kalorienwert am Tag von circa 1000 Kalorien. 1000 Kalorien sind unglaublich wenig für mich. Ich mache dabei nämlich noch Sport. Ich bin noch recht aktiv. Ich habe ungefähr einen Verbrauch von 3200 Kalorien. Ganz, ganz, ganz grob. Und damit schaffe ich ein Defizit von 2000 Kalorien jeden Tag. 2000 Kalorien ist gigantisch. Denkt vielleicht nochmal an eine Vorgabe. 300 bis 400, 300 bis 500 ist gesund langfristig. 2000 ist auf lange Sicht eine Katastrophe. Und das werdet ihr auch merken. In der kurzen Zeit aber absolut, ja, absolut genial, weil ihr ein unglaublich hohes Kaloriendefizit eben in dieser Zeit schafft. Jetzt vielleicht nochmal in 10 Tagen sind das über 20.000 Kalorien. Wenn wir jetzt ungefähr davon ausgehen, dass ein Kilo Körperfett ungefähr 7000 eingesparte Kalorien sind, kommen wir so auf irgendwo 3, 3, knapp, knapp 3 Kilo. Wie gesagt, bei 2,2 komme ich ungefähr auf 3 Kilo. Das heißt, in diesen 10 Tagen ist es bei mir auch meistens ziemlich genau so, dass ich grob 3 Kilo Fett verliere. Für diese 3 Kilo bräuchte ich eben bei 400 Kalorien, die ich einspare, 50 Tage. Und das ist auch so der größte Vorteil für mich. Ich sage wirklich für mich und für viele eben Leute, die nochmal in kurzer Zeit was erreichen wollen. Vielleicht auch für Athleten, die wirklich auf die Bühne wollen und da irgendwie zeitlich nochmal schnell, schnell machen müssen oder eben so eine Diät starten wollen. Wir können einfach das, was wir langfristig erreichen, sehr kurzfristig erreichen, aber eben nur ein oder maximal zweimal. Man kann das dann nochmal einschieben oder eben im Aufbau, wenn man merkt, oh ich werde im Aufbau zu fett, ein Minicut. Und dann können wir wieder aufbauen, ein Minicut. Damit baut man einfach Lina auf. Und das hat einfach für mich und für sehr, sehr, sehr viele, ihr könnt auch mal wirklich bei YouTube schauen, Minicut oder HSD oder so, diese Erfahrungsberichte, was da einfach möglich ist. Es ist schon sehr, sehr, sehr erstaunlich, was in so kurzer Zeit möglich ist. Das ist der erste Vorteil, also in kurzer Zeit sehr, sehr viel, besonders eben für stark Übergewichtige, kann ich wirklich empfehlen. Nehmt euch ruhig mal die Zeit, nehmt euch vielleicht da einen Urlaub und macht sowas, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, weil ihr seht, was tatsächlich möglich ist. Das ist für die Leute, die immer sagen, oh ich kann nicht abnehmen. Wenn ihr das macht, seht ihr tatsächlich, was ihr mit einem Kaloriendefizit tatsächlich abnehmen könnt. Für mich zweiter großer Vorteil ist, danach fällt mir einfach alles leichter. Das ist für mich so von der Motivation. Danach ist jede Diät, jede, egal ob 400 Kaloriendefizit, 500 Kalorien, danach ist alles wie ein Paradies, weil das ist einfach so heftig. Ihr merkt, wie krass ihr wirklich an die Grenzen geht mit dem Körper nach dem dritten, vierten Tag. Ihr merkt, der Körper will sich die ganze Zeit hinsetzen, er will die ganze Zeit sich ausruhen und so weiter. Er will euch die ganze Zeit austricksen, dass er sich nicht bewegt und so weiter. Es ist unglaublich hart. Danach ist alles und es schmeckt danach alles besser. Die Insulinsensitivität ist besser. Danach funktioniert alles ganz, ganz großartig. Ich liebe die Zeit danach und eben selbst, wenn es eine Diät ist. Das heißt, ich nehme es als Start in die Diät und mache danach eine richtige Diät. Werde ich euch alles vorstellen auch und so weiter. Und danach fühlt sich es einfach nicht mehr so schwer an. Das sind meine zwei Hauptvorteile, warum ich es mache und eben im Aufbau, um einfach nicht zu fett zu werden. Aber wie gesagt, jetzt sind wir in der Diät. Erstmal riesen, riesen Vorteile. Wie gesagt, bitte, bitte bedenkt. Ich möchte, wie gesagt, das, was ich mache, ist nicht immer das, wozu ich euch rate. Besonders nicht allen Leuten. Deswegen bitte bedenkt meine Worte. Ihr könnt es selbstverständlich ausprobieren. Zwei, drei Tage. Aber wenn ihr merkt, es ist einfach zu krass, hört bitte auf. Hört bitte auf. Ich meine es wirklich ernst. Es soll nichts darunter leiden. Job soll nicht leiden. Familie und so weiter. Ich werde auch so ein bisschen hebelig und ein bisschen aggressiv und so weiter. Aber man hat schon Drive und so weiter. Das ist schon ganz, ganz interessant. Also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, aber eben nicht für jeden. Aber es ist die schnellste. Mit Abstand die schnellste Möglichkeit, Fett zu verlieren und Muskulatur zu erhalten. Deswegen kleiner Startschuss. Wie gesagt, gleich gucken wir uns die Form an, womit wir starten. Ich habe das gestern schon angefangen. Deswegen bin ich jetzt schon recht leere Glykogenspeicher und dann werden wir mal sehen, wohin das Ganze geht. Und ja, wie gesagt, ich freue mich da auch riesig drauf. Und wie gesagt, ist keine langfristige Diät. Danach sollte man auch unbedingt Refeeds machen. Wir werden auch noch besprechen. Guckt euch das auch noch mal alles an. Und ja, das ist so die schnellstmögliche Diät, mit der ich jetzt eben zehn Tage lang starte. So, und jetzt gucken wir uns jetzt, blende ich euch mal die Bilder ein von der Form. Ich kenne sie ja. Also ihr seht jetzt die Form, die wir dann jetzt hier danach aufgenommen haben. Also hier direkt. Und ja, wie gesagt, das will ich nur sehr. Glykogenspeicher sind leer. Aber was sehen wir im Vergleich zu dem Video, wo wir angefangen haben, uns überhaupt mal die Form anzugucken mit Chang damals. Ich blende mal die Bilder jetzt und davor ein. Wir sehen, ein Gewicht ist ungefähr gleich geblieben. Ich wiege jetzt ungefähr 89 Kilo. Aber, und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich immer drauf hinausfühle, ihr seht, dass da recht viel trotzdem passiert ist. Ich bin jetzt wesentlich fettfreier schon, obwohl ich die Diät jetzt erst starte. Ich habe einfach gut gegessen. Ich habe normal gegessen. Ich habe ungefähr meinen Bedarf gedeckt. Ich habe wieder hart trainiert. Und wir haben eben, und das ist das, was ich auch immer wieder sagen will, wir haben etwas Muskulatur wieder dazu gewonnen und etwas Fett schon mal verloren. Und das ist eben, wenn man wieder einsteigt ins Training, das geht auch. Wie gesagt, man kann auch praktisch umformen das Ganze. Also man macht nicht aus Fett Muskeln, aber man kann sowohl gleichzeitig Fett verlieren und ein bisschen wieder Muskeln aufbauen, wenn man zum Beispiel wieder ins Training startet, wenn man wieder einfach seine Ernährung richtig macht. Wenn man sehr hart trainiert. Ich habe mich sehr, sehr hart trainiert. Ich wollte, dass der Körper einfach wieder da ist. Und wie gesagt, jetzt starten wir mit der Diät. Die Form ist als Ausgangsform, ich sage mal, schon mal besser als die letzte Form. Und wir werden aber sehen, was jetzt eben schon mal in den zehn Tagen passiert und besonders was danach passiert. Plan ist vielleicht nochmal für alle, die es interessiert, erst mal bis zu Fibo runter. Mindestens, ich sage mal, mindestens so auf 84 ungefähr, damit wir einfach nicht mehr so viel Gewicht mit rumtragen, damit man da schon mal ganz gut was sieht. Dann werden wir schon mal recht lean sein. Recht lean. Dann kann ich schauen, wo sind noch Schwachstellen. Dann werde ich nach der Fibo versuchen, diese noch, ich sage mal, etwas aufzubauen, etwas zu verbessern, um aber auch nicht mehr zu fett zu werden, sozusagen. Um dann vor dem Wettkampf irgendwo im November, um da die Diät nicht mehr lang zu haben, um da wirklich zu gucken, nochmal, wie gesagt, ein bisschen aufbauen und da dann Diät zu starten. Das ist so der Plan. Ob er so hin raus, würden wir schauen. Aber wie gesagt, bleibt dabei und schaut euch alles an, wie das so läuft. Wie gesagt, jetzt erst mal knüppelhart, Minicut und dann schauen wir, was das schon mal gebracht hat und dann sehen wir weiter. So, meine Freunde, wie gesagt, für alle, die es mal ausprobieren wollen, mit Vorsicht zu genießen. Ansonsten immer eine langfristige Diät machen. Ansonsten, ja, abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei und die besten Supplements. Und wie gesagt, hier sind Supplements wirklich Gold wert, besonders Whey, besonders ERAs, besonders ein kleiner Booster vor dem Training und besonders Omega-3-Fettsäuren würde ich da empfehlen. Body-AP-Nutrition und die besten Klamotten VIP-Wear. Bis dahin, euer Simon.